In der spannendsten Phase, die ich in meiner nicht ganz kurzen beruflichen Karriere mitgemacht habe, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir mittendrin sind in riesigen strukturellen Veränderungen weltweit in Deutschland, bei den Medien, bei der Nutzung der Medien, logischerweise auch in der Fernsehbranche. Und wir als Branche stehen deshalb gut da, weil wir genau das positiv und offensiv aufnehmen. Das heißt für uns zwei Dinge oder zwei Begriffe. Das eine heißt Investition und das zweite heißt Kreativität. Und deshalb sind wir hier genau am richtigen Platz, weil genau das hier auch gezeigt wird. Also es wird nicht nur darüber geredet, sondern es wird auch noch gemacht. Und das ist der Grund, weshalb TV zurzeit sich in der spannendsten Phase befindet und weshalb es mir am meisten Spaß macht, jetzt für TV hier auch sprechen zu dürfen.